Musik Jetzt geht's los, Mann. Ich freue mich auf den 22. Ja, dann zeigen wir mal, wo der Frosch die Locken trägt. Wir wollen nämlich erklären, wofür wir brennen. Ohne Schnickschnack. Ohne Politsprech. Dafür beantworten wir nonstop alle eure Fragen zur Wahl. Dafür reißen sie sich bei 3 Tage wach in den letzten 72 Stunden vor der Wahl bis zu 500 Redakteurinnen den Arsch auf. Auch wenn du jetzt vielleicht gerade nicht am Rechner bei 3 Tage wach mithelfen kannst, weil du im Wahlkampf bist vielleicht. Oder wenn du nicht direkt nach Berlin zu 3 Tage wach kommen kannst, um zu helfen. Du kannst dem Team helfen, und zwar zum Beispiel mit einer Spende. Wir brauchen zum Beispiel was zu futtern für die hungrigen Mäuler. Käffchen, zu wach bleiben? Sehr gerne. Bierchen? Fürs Team. Auf jeden. Prost. Prost. Wir brauchen aber was Gesundes für zwischendurch. Und T-Shirts bräuchten wir auch fürs ganze Team. Oder wollt ihr uns die 3 Tage so sehen? Und einen Klowagen bräuchten wir auch noch. Und dann geht's mal an. Aha! Outro. Outro.